Genau da wollte ich mich jetzt hinstellen. Guten Morgen hier mal zu einem bisschen alltäglicheren Vlog. Marie und ich machen jetzt mal Frühstück, mal ein bisschen ungesunderes Frühstück. Ich weiß gar nicht, warum wir die gekauft haben, so Aufback-Croissants. Wir sind zur Zeit alle ein bisschen krank, aber das hindert uns natürlich nicht dran, eine gute Zeit zu haben. Meine Stimme ist ein bisschen angegriffen, aber ich denke, das werdet ihr alle verkraften. Und die einzige Herausforderung heute wird, dass es hier also so saumäßig aussieht. Da müssen wir auf jeden Fall noch viel besser drin werden, hier die Wohnung ordentlich zu halten. Das ist absolut eine Schwäche von uns. Dazu gibt es noch. The clean house is a sign of a wasted life. Kommt schon raus. Ich zeig's dir jetzt einmal, das rollt man nämlich. Irgendwann will ich auch mal selber einen Blätterteig machen, aber ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Habe ich mich aber auch noch nicht drüber informiert. Ist deine Teigtasche fertig? Nein. Noch nicht fertig? Nicht. Okay. 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 Also diese Croissants sind auf jeden Fall eine große Enttäuschung. Romy findet es gut. Ich muss gleich auf jeden Fall mal gucken, wie man einen Blätterteig macht. Und Marie ist ihr selbstgebackenes Kunstwerk. Lilian ist im Bett und ruht sich noch aus. Ich komme beim Babyclub. Ich bin Ben von Ben & Bällchen. Egal was ihr aus dem Blätterteig machen wollt, ob es Croissants, macht den Blätterteig auf jeden Fall selber, weil das schmeckt viel, viel besser als gekaufter Blätterteig. Jetzt nach den schweren Croissants erstmal etwas Pflegendes. Ich mache einen Ingwer, Honig, Tee. Ich bin schon länger auf der Suche nach einer Visitenkarte für mich und habe eine Lösung gefunden, die mir richtig gut gefällt und die möchte ich euch jetzt zeigen. Das wäre doch der Schiss in der Hänge. Ja. Vielen Dank. Und für die? Und bis dann, oder? Servus. Hier ist eine Kiste mit Leckereien gekommen. Dann haben wir ein paar Eier, ein bisschen Apfelmus, ein bisschen Kokosöl und Salat. So, dann sind da noch Pilze, Champions, ein bisschen Presse und ein bisschen Ketersilie. So, hier ist das magische Visitenkartenteil. Das hier ist ein kleiner Drucker, mit dem man Fotos vom Handy direkt ausdrucken kann. Also so ein bisschen eine Polaroid-Kamera. Die Farbpartikel sind schon in das Papier eingearbeitet. Das heißt, man braucht jetzt nie extra Tinte, sondern halt immer das extra Papier. Das kostet 50 Cent pro Stück. Mein Plan war dann eben Fotos mit demjenigen zu machen, der eine Visitenkarte von mir haben möchte und die dann direkt auszudrucken. Ursprünglich dachte ich dann, dass ich dann auf die Rückseite irgendwie Informationen oder so vordrucken kann. Das geht nicht so gut, weil die eine Seite ist eine Klebefolie und Lilian hatte dann die super Idee, eben weil die ein bisschen kleiner sind als Visitenkarten, einfach eine Visitenkarte zu nehmen. Eine günstige mit Informationen auf der einen Seite. Die andere Seite ist dann frei und da kann ich dann das Foto draufkleben. Ich zeige euch auch gleich mal, wie das funktioniert mit dem Ausdrucken. Hier kann man dann in der App ein Foto machen oder eins auswählen aus der Bibliothek. Damit ich jetzt nicht eins von den teuren Fotopapieren verschwende, nutze ich das auch gleich noch etwas sinnvoll. Wenn man da ein Selfie macht, das ist ja komplett schwarz, dann weiß man nie, wo man hingucken soll bei dem Handy. Und dann kann ich den Leuten immer sagen, einfach in den roten Kreis reingucken. Jetzt mache ich hier ein paar rote Kreise drauf. Foto. So und dann kann man jetzt hier auf Print drücken. Das ist ja dann auf Klebefolie gedruckt und dann kann ich das einfach hier oben auf die Kamera. Es steht jetzt Printing. Und jetzt sieht man hier auch diese Animation, wie das hier so seitlich rauskommt. Und da kommt schon das Foto. Jetzt habe ich hier die roten Kreise. Ich suche mir hier einen aus. Jetzt weiß man immer, wo man hingucken muss, wenn man ein Foto macht. Wir waren schon so lange nicht mehr krank, dass wir nicht mal mehr Taschentücher im Haus haben. Jetzt gibt es noch ein bisschen wohltuende, warme Suppe. Ich habe noch was gefunden für dich. Hier ist die Klebewand. Klebe ab. Also es ist schon deutlich, dass das Kranksein Marie auch mitnimmt. Und ja, auch für uns ist es dann manchmal schwieriger, nicht genervt zu sein. Aua. Ja, hier. Wenn Marie so drauf ist, wie sie jetzt drauf ist, da ist sie schon manchmal echt schnell, sie ist schnell genervt, wir sind schnell genervt. Das ist schon auch anstrengend. Ist zum Glück immer nur kurz. Normalerweise, wenn Marie halt mal schlecht drauf ist oder auch mal schreit, dann funktioniert das eigentlich immer, sie auf den Arm zu nehmen und zu drücken oder halt noch mehr Liebe zu geben. Und dann ist auch alles wieder gut. Und heute Morgen, als Lädin sich noch ausgeruht hat, da wollte sie dann irgendwie unbedingt zur Mama. Da habe ich sie dann versucht hochzunehmen, ist mir dann fast vom Arm gesprungen. Aber dann bei Mama war es auch wieder gut. Ich wollte ihr natürlich auch den Rücken frei halten, sodass sie sich ausruhen kann. Wir gehen jetzt mal noch Taschentücher und ein paar andere Sachen besorgen. Dann mal durchs Haus. Ich gehe nochmal schnell was oben holen. Wartest du kurz? Ich denke mal, dass Marie gleich einschlafen wird. Und da kann ich dann noch eine kleine Runde mit der Drohne machen. Ich habe die paar Sachen im DM jetzt schon besorgt. Direkt hier bei der Ausfahrt ist so ein riesen Kreisel, so halb Kreisel, halb Brücke. Und da hatte ich schon länger mal die Idee, dass das bestimmt cool aussieht, direkt von oben. Und jetzt habe ich ja die Drohne eingepackt, deswegen probiere ich das gleich mal. Ich wollte gerade sagen, Marie schläft immer noch, aber jetzt wacht sie gerade auf. Hallo. Wir sind wieder zurück. Bisschen Matsche alle. Ich habe angefangen ein Lied zu spielen von Ed Sheeran, Castle on the Hill. Das gefällt mir richtig gut. Das sind eigentlich so genau die Akkorde, die ich liebe. Ich möchte da bald mal ein Cover davon machen, am liebsten auch mit einem richtig coolem Video. Ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt, nur den Refrain. Die Strophen, da kann ich den Text noch nicht. Aber ich spiele euch einfach mal gerade den Refrain vor. Okay, nochmal. Okay, meine Stimme bricht immer weg. Du bist auch so entspannt, wie du es gestern warst. Probier es noch einmal. Moment, nicht. Dann nicht. Dann müsst ihr halt aufs Cover warten. Ist ja auch was anderes hier so vor der Kamera. Dann mache ich jetzt ganz entspannt. Ein bisschen schneller. Auch ein bisschen der Kälte läuft. I'm on my way Driving at 90 Down those country lanes Singing to tiny dancer And I miss the way You make me feel And it's real We watch the sunset Over the castle on the hill Over the castle on the hill Das darf dann Marie machen Over the castle on the hill Schon stehen und darf natürlich nicht fehlen Da liegen die drei Meter im Bett Eng aneinander gekuschelt Ich nutze die Gelegenheit und nehme fünf Fragen auf Die ich für eine Kooperation mit Schoner mit der Corona vorbereitet habe Eine andere YouTuberin Ich hatte sie eben angeschrieben Ob sie da Lust hat Das zu machen Und das sind eben fünf Fragen Ich stelle ihr fünf Fragen Und sie stellt mir fünf Fragen Und die Fragen liest man dann zum allerersten Mal Während man das Video aufnimmt Also vielleicht gibt es da einen Überraschungseffekt Oder Die Reaktionen werden bestimmt auch lustig auf die Fragen Die fünf Fragen Die nehme ich jetzt auf Hallo Jonna Hier Jannis aus Berchtesgaden Was war dein Was wäre Welche zwei Was würdest du Ich glaube jetzt langsam reicht es dann Für heute Ich werde jetzt auf jeden Fall noch was am Computer arbeiten Ich habe noch ein Filmprojekt Was ich dringend fertig machen möchte Dann würde ich sagen Vielen vielen Dank fürs Zuschauen Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren Und hier könnt ihr das Best of von den Scherzingers Vom ersten Jahr von Scherzingers auf dem YouTube Auf dem YouTube Auf YouTube angucken Ist auf jeden Fall finde ich sehenswert geworden Ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende Und sage bis ganz bald Ciao